Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Mini-Wald-Konzert. Das heutige Konzert möchte ich dazu nutzen, euch ein bisschen Mut zu machen, Mut an euch zu glauben und auf euer Herz zu hören und den Weg eures Herzens zu gehen. Wann hast du aufgehört zu glauben, dass du sein kannst, was du willst? Du fühlst dich grau und alt und leblos, erschrickst vor deinem Spiegelbild. So wolltest du nie werden und doch bist du es jetzt. Bist es zu spät, etwas zu ändern, bist es zu spät, das Blatt zu wenden. Glaub an dich, nimm dein Leben in die Hand. Glaub an dich, pack mit Mut die Träume an, die du als Kind so oft geträumt hast. Sie sind noch nicht verloren. Glaub an dich, zünd du dein Feuer wieder an. Glaub an dich, vor allem glaube daran, dass alles möglich ist, was du dir vorstellen kannst. Glaub an dich, kannst du die Leere ertragen, wenn sie schweigend vor dir liegt, wenn Ängste dich blagen und die Einsamkeit siegt. Hab Vertrauen in dein Leben, lass es einfach zu. Wär dich nicht dagegen, lass es schlauer als du. Glaub an dich, nimm dein Leben in die Hand. Glaub an dich, pack mit Mut die Träume an, die du als Kind so oft geträumt hast. Sie sind noch nicht verloren. Glaub an dich, zünd du dein Feuer wieder an. Glaub an dich, glaub an dich, vor allem glaube daran, dass alles möglich ist, was du dir vorstellen kannst. Was du dir vorstellen kannst, glaub an dich.